Der Albertplatz ist ein innerörtlicher, befahrbarer Straßenplatz in der Ursprungsgemarkung der sächsischen Stadt Radebeul. Er entsteht durch 30 Kreuzendestraßen und bildet den gründerzeitlichen Mittelpunkt eines Mietshausquartiers westlich des Radebeuler Industriegebiets. Ortslage Das Wohnquartier liegt zwischen der Meisnerstraße im Nordosten und der Sidonienstraße im Südwesten, jenseits der Sidonienstraße liegt unmittelbar. Der Bahnhof Radebeul-Ost, der wiederum mit der Meisnerstraße über die Hauptstraße verbunden ist, von der Hauptstraße im Nordwesten verläuft parallel zwischen Meisnerstraße und Sidonienstraße die Wichernstraße in Richtung Südosten, Quert die Zinsendorfstraße als nordwestliche Grenze, überquert den Albertplatz und läuft bis zur Kiefernstraße, die die Grenze zum Radebeuler Industriegebiet bildet und großen Teils entlang der dortigen Betriebsumzäunung des Arzneimittelwerks Dresden verläuft. Zur Zeit der Entstehung des Platzes war es das Betriebsgelände der Chemischen Fabrik V. Heiden. Parallel zur Kiefernstraße verläuft die Hellerstraße von Südwest nach Nordost, von der Sidonienstraße über den Albertplatz zur Meisnerstraße. Beide letzte Längstraßen werden auch von der Luisenstraße verbunden, die den Albertplatz in fast nördlicher Richtung überquert. Die Straßenrinder sind größtenteils mit Wohngebäuden bebaut, die Blockinnenflächen sind teilweise frei und teilweise bebaut. In dem südöstlichsten Tortenstück, also hinter dem Eckhaus Luisenstraße 7, befindet sich an der Wichernstraße das Feuerwehrhaus Radebeul aus der Freiwilligen Feuerwehr Radebeul. In dem Tortenstück hinter dem Bauernhaus, also Wichernstraße, Hellerstraße, findet sich nur etwa zur Hälfte Wohnbebauung. Ansonsten ist dort noch der westliche Teil des Industriegebiets mit den Bauten des ehemaligen V. E. B. Steckenpferd an der Hellerstraße 23 als Westteil, so wie im Osten das Betriebsgelände der Teehaus GmbH, die zum Unternehmen Teekanne gehört und sich dort als Café Sörogat Fabrik Otto E. Weber bereits 1881 ansiedelte. Die Hellerstraße ist eine bereits alte Wegeverbindung von Alt-Radebeul in die Junge Heide. Ihr Straßenausbau erfolgte 1894-95. Der Straßenausbau der Wichernstraße erfolgte 1885 derjenige der Luisenstraße von 1895 bis 1897, womit wohl auch die sternförmige Struktur entstand. Bebauung der Albertplatz hat keine eigenen Postadressen. Die auf den Sechseckgrundstücken zum Platz hin stehenden Kopfbauten gehören von den Adressen her zu den 30 kreuzenden Straßen Wichernstraße, Hellerstraße und Luisenstraße. Im Nordwesten angefangen und dann im Uhrzeigersinn handelt es sich um die folgenden Kulturdenkmale. Die Jahrhundertwendehäuser Wichernstraße 22 und Luisenstraße 9. Im Osten das ehemalige im 19. Jahrhundert erweiterte Bauernhaus Hellerstraße 11. Die Jahrhundertwendehäuser Luisenstraße 7 und Hellerstraße 9. sowie im Westen das 30er-Jahre-Doppelwohnhaus Wichernstraße 21 und 21 Stellar, während die vier früher mit Läden ausgestatteten Mietshäuser aus der Zeit um 1902 flügelige Eckbauten mit einer breiten, verbrochenen Eckgestaltung zum Platz hin darstellen, ist das Giebel ständig zum Platz hin stehende Bauernhaus der letzte Beleg ursprünglicher bäuerlicher Flächennutzung. Während das entlang der Bauflucht der Hellerstraße errichtete Doppelhaus das erste Beispiel modernen Bauerns darstellt, Namensgebung der Albertplatz erhielt 1903 seinen Namen nach dem 1902 verstorbenen König Albert von Sachsen. Die heutige Wichernstraße, eine der drei kreuzenden Straßen, hatte bereits 1897 den Namen Albertstraße erhalten. Auch die 1897 gewidmete Luisenstraße trägt den Namen eines Mitglieds des Sächsischen Königshauses. Lediglich die 1897 gewidmete Hellerstraße war nach dem ehemals anliegenden Gasthof zum letzten Heller benannt. Im Jahr 1999 wurde der Name Albertplatz amtlich bestätigt.